Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Sonic Adventure DX. Ja, wir sind hier immer noch mit Knuckles unterwegs und wir haben es geschafft. Das, was wir mit Tails nicht vollbringen konnten, haben wir jetzt mit Knuckles geschafft. Wir sind auf den höchsten Punkt dieses Bereichs hier. Ihr seht es hier, ich bin hier ganz oben. Ja, ist nichts Besonderes, also man kann ja einfach hochklettern, aber ja, ich wollte es dann doch mal geschafft haben. Und hier sieht man von Weitem dann auch die gute Frau und wir können da auch hinfliegen. So, es geht da vorne nämlich weiter. Ein Weg zum Frieden. Kein Mensch hat das Recht, um ihre Heilige Gebäude zu nehmen. Ich bitte Sie, Vater! Huh? Jetzt wo ich bin? In Station Square, ich sehe. Was ist hier, in Ordnung? Tja, das wüsste ich auch mal gern. Da war schon wieder Cream. Ich finde es schön, dass einfach bei jedem Charakter Cream auftaucht. So, lernt man denn mit ihm auch irgendwas? Wow, hallo? Ne, leider kann man hier nicht hochklettern. Aber ich will halt irgendwo, äh... Okay, der Bahnhof ist immer noch gesperrt. Das heißt, man kommt immer noch nur über diesen Weg, äh... hier zurück, in... in den anderen Bereich. Aber hier... Ach, guck mal! Hm. Ich wundere, was diese Leute tun. Hm. Ich wundere, was diese Leute tun. Die Typen? Er tut ja gerade so, als wenn er die nicht kennen würde. Aber ich glaube, in dem Teil ist... ist das auch noch so der Fall, dass die noch gar nicht so dicke Freunde sind, wie in, ähm... Adventure 2. Also da sind sie es dann schon eher und... Heroes dann sowieso. Wer die ganzen Teile nicht kennt... Oh. Oh. Oha. Dr. Eggman muss also verfolgt werden? Eggman, gimme back the Master Emerald. N-Nuckles. Oh, das ist nicht so, was du nachher hast. Du bist richtig. Das ist okay, doch. Ich kann dich als ein Guinea-Pig, um es zu testen. Chaos! Chaos! Chaos? Es ist das Kreature wieder. Der gleiche, was ich auf meiner Eiland gesehen habe. Ja, nur deutlich größer hat, Knuckles. Er war da, als der Master Emerald schatterte. Ich bin sicher davon. Er hat mich die Probleme, um ihn zu suchen. Jetzt werde ich ihn gut bekommen. Ob du das auch willst? Oh nein. Ah. Ha, 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 ha. Weg zu gehen, Chaos! Ha, veränderungsformulärer wird nicht schrauben mich. Oh Mann. Das ist also unser nächster Gegner hier. Der Chaos 2. Ja. Wow. Ah. Können wir auch irgendwas mit dem machen? Wow. Okay, so treffen wir ihn scheinbar nicht. Wow. Okay, so trefft man ihn. Ah, schon wieder so ein Ball. Okay, der scheint ja schon wieder ziemlich simpel zu sein. Wow. So, zweimal noch. Und er ist ja deutlich einfacher, als die letzten, die wir hatten. Ah. Okay. Ich sollte vielleicht immer nur in diese Richtung laufen. Wow. Steckte fest. Upsala. Wow. 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 Ich wurde aber auch jedes Mal mitgetroffen. Egal. Wir haben ihn geschafft, also. Und sehr erfolgreich wieder. Wow. Zwei Ringe. Wow. So, was hast du gewonnen, diese Zeit? Du hast noch nicht gesehen, die true Macht des Chaos Chaos. Ja, ja. Das noch nicht fasziniert mich. Du hörst? Ich weiß etwas, was könnte. Es geht um Sonic. Was? Was geht um Sonic? Will ist das? Er ist nach den Spielen der Master Emerald 2. Was heißt ein bisschen? Du hast nicht nur auf der Wilde gefangen. Du bist eine Winzer. Warum soll ichанde deinen Überstieg? Hahaha. Oh Mann, und was dann passiert, kennen wir ja schon. Da ist Sonic nämlich. Lass dich doch nicht so ins Boxhorn jagen, Mann, Nuggles, sei kein Dummkopf. Ja, wie geht's jetzt weiter? Ich, äh, weiß es noch nicht, aber ich vermute, wir müssen wieder hier hoch und wir hatten ja noch keinen Wind. Ach, diese dämliche Treppe hier. Wir hatten ja noch keinen Windlevel, ne? Whoa. Und wir werden wohl auch keinen Windlevel kriegen. Okay, dann nicht. Oder kommt jetzt, kommt jetzt ein Eislevel? Glaube ich nicht. Hm, wir gehen einfach mal, naja, wir gehen einfach mal hier lang. Okay, das geht scheinbar nicht, aber... Hm, was haben die denn so zu erzählen? Ja, dann erforscht ihr mal die alten Ruinen. Aber der Weg hier ist offen. Vielleicht muss ich auch hier hin. Vielleicht gibt's jetzt wirklich ein Eislevel. Ah, ne, da brauchen wir auch die ein... eine Tür. Dann gehen wir aber jetzt mal hier hin. Wow. Okay, das ist wohl auch nicht... Gehen wir mal zu dem Master Emerald. Okay, wir können die Teile... äh, die Stücke vom Master Emerald wohl auch nicht da draufsetzen. Okay, das ist auch interessant. Ach, dass ich immer hier rumirren muss, ne? Warte mal. Ähm, da komme ich zurück. Ich dachte gerade, ich komme nicht mehr zurück. Das wäre ja schlimm. So, da kommen wir nicht lang, also gehen wir einfach wieder zurück. Aber es muss ja irgendwo bei den mystischen Ruinen sein. Ich nenne sie jetzt einfach mystische Ruinen, weil im Deutschen heißen sie ja auch so. Mann. Ich nenne sie ja auch so, dass wir nicht mit dem Zug fahren, was erzählt er denn? In den Höhlen? In welchen Höhlen? In welchen Höhlen? In welchen Höhlen, Leute? Das ist jetzt aber interessant. Wahrscheinlich der Chaos Emerald, den er dann gleich hat. In welchen Höhlen denn? Ja, aber das sind ja die... Äh, das sind die einzigen Höhlen, die ich kenne. Wir gehen einfach nochmal hier hoch. Warte mal. So, hier ist schon mal nix. In den Höhlen? In welchen Höhlen denn? Ach, Mann. Die Lösung ist wahrscheinlich wieder so banal, ne? Aber ich find's hier dann nicht auch raus. Ah, Hilfe. So. Ja, aber es gibt ja nur die beiden Höhlen hier. Oder gibt es noch weitere Höhlen? Warte mal, da. Was ist das denn hier? Okay, das war ja wohl nix. Okay, es kommt wahrscheinlich wirklich ein Eislevel. Hallo. Hallo. Oder auch nicht. Komme ich da an das Ding gar nicht dran? Ah. 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 Das ist also das, was wir haben wollen. Wenn das mal schneller gehen würde hier, wäre das auch mal schön. Als ob ich das jetzt noch nicht aufsammeln kann. Hallo, ich will das aufsammeln. Danke. Wie kommen wir denn jetzt wieder hier hoch? Ach so, da. Nein. Oh, ich dachte, ich hätte jetzt verloren. Wupp, 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 wupp. So. Das ist ja für das Eislevel, ne? Das Ding. Auch interessant, dass wir das hier bei dem Knuckles ganz, an einer ganz anderen Stelle kriegen, als bei Sonic und Tails. Das ist nicht richtig, ne? Dafür ist das gar nicht. Und jetzt? Was haben wir jetzt damit? Hä? Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Wo kommt denn das jetzt hin? Jetzt habe ich schon wieder keine Ahnung mehr. Ah. Hier kommt das aber auch nicht hin. Vielleicht sagt, sagt uns, äh, die rote Kugel. Ja, habe ich. Aber, aber wo soll ich jetzt damit hin? Hallo? Was soll ich jetzt damit machen? Ich habe jetzt dieses Ding. Hm. Müssen wir jetzt zurück zum Station Square vielleicht? Oder ist hier vielleicht mal irgendwas? Guck mal, hier waren wir ja noch überhaupt nicht. Oh, wo geht's denn hier lang? Oho. Äh. Oh, okay. Das sind die Grabhandschuhe, ne? Jetzt kannst du durch Dirt und Stein schrauben. Press die Gump- und Action-Buttonen simultan. Cool. Nice Sache. Wir können jetzt graben. Ne? Oder? Aber nicht hier. Okay. Aber wir kommen da jetzt ja nicht mehr raus. Also müssen wir hier lang. Oh nein. Jetzt halieren wir das Ding. Heavy. 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 Mache ich das jetzt nochmal? Ich hab nicht aufgepasst. Kannst du uns nochmal erklären, wie das funktioniert? Hallo? Und vor allen Dingen, was machen wir mit dem... Ah! Oh! Oh, der Arme! Och, der Arme! Okay, das war nun... Wo ist unser Ei? No! Unser Ei ist weg! Oh! Oh, Mann! Ich glaube, das Ei war auch völlig egal, oder? Ähm... No! Jetzt sind wir in einem anderen Schaugarten! Oh, Mann! Ich wollte hier wirklich nicht hin! Ehrlich! Ich wollte hier wirklich nicht hin! Wo sind denn die Eier? Hä? Ach, den habe ich ja schon ausgebrütet mit Tails! Stimmt, hier war ich schon mal auf Screen! Hier kann man nämlich mit den anderen Charakteren rein, obwohl man den ja doch gar nicht geöffnet hat! Hallo! Nein! Jetzt... Hallo! Weil wir die Tiere ja jetzt auch nicht verfallen lassen wollen! Wo ist jetzt der da? Ciao! Der war doch gerade nur hier! Oh, nein! Der ist da drin! Komm raus da! Hier! Guck mal, der guckt sogar marktfreundlich! Der Kleine! Ah, weißt du was? Die Tiere sind mir jetzt eigentlich auch relativ egal! Äh, wie komme ich denn jetzt wieder hier raus? Ich will hier wieder raus! Hallo! Ah! So! Okay! Ah, das... Das... Ja, das ist ja interessant! Ja, das ist ja interessant! Habt ihr jetzt schon die Szene mit, ähm... Sonic und so? Scheinbar nicht! Wo ist denn jetzt dieses Ei hin? Ich bin gerade verwirrt! Ach, da ist es ja! Okay, das ist ja ein silbernes Ei! Okay, das ist ja ein silbernes Ei! Gute rote Kugel jetzt sagt! Voll die Rätselfolge! Ja, hab ich ja gemacht! Und jetzt? Was mach ich jetzt mit diesen Dingen hier? Sag uns doch mal, was wir tun sollen! Äh... Öh... Nee, stopp halt! Och nö, jetzt... Weißt du was? Ich krieg keinen Bock mehr! Was ist denn das für ne Kacke hier? Och, Mann! Ich nehm jetzt... Ja... Was sagt die uns denn jetzt? Das... Hab ich doch schon gemacht! Hallo! Och, Mann! Jetzt ist die... Ähm... Ich mag diese Kameraführung nicht! Hab ich schon mal erwähnt, oder? Was soll der Kack denn? Hallo? Hallo? Ja, so kann ich nichts erkennen! Hm... Wie be... Kloppt ist das denn jetzt? Danke. Och... Also ich bin jetzt maximal verwirrt, was ich mit diesem... Ei machen soll, was jetzt schon wieder verschwunden ist. Find ich das jetzt immer noch da unten? Hm... Ach, da ist es ja! So... Wir haben jetzt dieses Ei, ne? Ich weiß aber immer noch nicht, was ich damit machen soll. Ich dachte halt wirklich, das ist, äh... Hierfür, aber das ist tatsächlich nicht hierfür. Was müssen wir jetzt tun? So... Wir haben jetzt dieses Ei. Was, glaub ich, gar keinen Nutzen hat. Ich weiß es nicht. Ich geh jetzt nochmal runter in die Höhle, wo wir mit den... Äh... Wo wir den Affen da haben. Nein, Kamera, du bleibst jetzt mal so, wie du bist. Wo war das nochmal? Hier, ne? So... Was hat er denn zu erzählen? Welches Ding? Hey, Ringe. Schön. Ah, warte mal. Ich hab ne Idee. Leute, ich hab ne Idee. Ich glaube, ich hab das Rätsel gelöst. Ich hab das Rätsel gelöst. Ich hab das Rätsel gelöst. Ich krieg zu viel. Da haben wir jetzt mal eine Folge, wo wir kein Level gemacht haben, ne? Aber wobei, wir können die Folge ja wieder, äh, etwas länger machen, weil wir ja, ähm, die letzte etwas kürzer gemacht haben. Und außerdem ist hier ja jetzt wirklich nichts passiert. Und die meisten werden sich jetzt am Kopf packen. Oh, ist der doof. Warum macht der denn... Warum findet der das denn nicht? So. Nächstes Level. Red Mountain. Emeralds are sometimes found underground. Try digging for them. Wer das Level... Wer sich noch dran ändern kann, wir waren hier schon mal mit, äh, Sonic drin. Ah, jetzt treff den doch, Mann. Boah, Löwe. Cool. Weiße. Ich sagte mal da... Da lang und dann ist sie weg. Bleib mir vorm Pelz. Äh, wo, 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 wo müssen wir denn jetzt lang? Junge Frau, äh, oder Kugel oder was auch immer sie sind. Ich weiß ja nicht, was sie sind. Oh, toll. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Ah. Ah. Manchmal kann man sie unter der Erde finden und den ersten Emerald, den wir finden, ist einfach nicht unter der Erde. Fällt da drüben. Waaah, da ist er jetzt, Leute. Und ein Gorilla. Waaah, da ist er jetzt, Leute. Und ein Gorilla. Wo könnte der dritte sein? Waaah! Hier hoch vielleicht? Irgendwie scheint mir das nicht der richtige Weg zu sein. Nein, das ist nicht der richtige Weg. Aber hier ist noch ein Affen, den wir verpugeln können. Waaah! Oh Gott! Leute! Kriegt ihr ja gleich einen Herzinfarkt? Hm? Waaah! 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 knewt mit der Dinge ja vielleicht... Barbantez- 35 Warte mal, fährst du so drumherum. Bin auch doof, ey. Oh, Mann. Bin auch doof. Weil ich die ganze Zeit an der einen Seite hochgeklettert. Aber okay. Na gut. Hm. War doch ein erfolgreiches Level, oder? So, jetzt kommt der Kampf gegen wen auch immer. Oder auch noch nicht. Ähm. Den würde ich dann auch beim nächsten Mal machen. Ähm, an dieser Stelle würde ich die Folge dann jetzt beenden. Ja, die Folge war jetzt auch wieder normal lang. Äh, und nicht vier Minuten zu wenig. Ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn euch, äh, der Kanal gefällt, dann abonniert ihn auch. Ähm. Gerne. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder bei Sonic Adventure DX. Bis dahin. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.